Dieser Ford Grand C-Max ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 150 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Die Grace Die Grace Koff Kamen